Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen hier auch wieder auf meinem Kanal. Liebe Laura und ich haben ja zusammen auf ihrem, dem Kanal Tasty Tasty und meinem einen ganz tollen Adventskalender gemacht und heute packen wir Tütchen Nummer 13 aus. Alle Informationen, die ihr braucht, um zum Beispiel auch an unserem Verlosungsspiel teilzuhaben, findet ihr unten in der Box. Ich möchte eigentlich für die Verlosungen nur, dass ihr mir, egal unter welches Video, was ihr gerade eingeschaltet habt, mir einen Daumen nach oben gebt, Abonnent meines Kanals seid und mir schreibt, warum die Weihnachtszeit etwas so Besonderes für euch ist. Und jetzt haben wir hier Tütchen Nummer 13, die habe ich jetzt unten aufgerissen und zwar ist das ein verwöhnbart Lotustraum. Leider habe ich keine Badewanne, Laura, aber mein Papa hat eine und er liebt solche asiatisch anhauchenden Düfte und das werde ich ihm auch zukommen lassen. Seid ganz frei und macht dann im Gewinnspiel teil. Ich werde in irgendeines dieser Videos bzw. werde ich nochmal ein extra Video euch hochladen, wo ich euch genau zeige, was ich euch... Nein, wir machen es anders. Wir werden einfach am 24. werden wir einfach einen Überraschungsgewinner ziehen und dann zeige ich euch, was ihr gewinnt. Und ich hoffe, dass ihr morgen bei Tütchen Nummer 14 dabei seid und freue mich auf morgen auf euch. B shifting Musik music Musik 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 Musik